Wir haben gerade jetzt angefangen, auf jeden Fall. Ja. Vor allem, das war ja beim Cut jetzt. 10 Minuten mache ich ja eh immer wieder. Ja, jetzt waren jetzt aber eine Viertelstunde. Dann machen wir halt drei Viertelstunden Parts und machen jetzt eine halbe Stunde. Ist ja auch nicht schlimm. Safey, I'm paying my BTL. Dann lad den einfach mal. Ich wollte gerade gesagt, hast du schon 8% im Spiel? Ne, das müsstest du haben. Ach ne, doch, klar. Du hast ja mehr, glaube ich, mehr gesammelt. Guck mal, direkt wieder im Spiel. Nicht viel verloren gegangen. Ich speichere mittlerweile nach jedem Level und nach jedem, wer dran ist. Ja, ist auch sicherer. Dauerhaftes Speichern ist auch nicht gut. Wasserlevel sind zu deine, ne? Ja, irgendwie schon. Aber irgendwas ist da. Der. Der macht so komisch. Ja, das kannst du ja da bei nem Schnappi langgehen. Schnappi? Was mache ich da eigentlich? Ich hätte erst gewartet. Ich weiß. Aber ich speicher. Also, wir haben ein bisschen mehr Leben, Centus. Jo. Du hast ja noch genug. Du kannst ja noch mal ins erste Level gehen. Richtig. Macht ja nix. Nö. Komm, hier auch. Oh, Bietchen. Na? Schnuckelbietchen. Guck mal, noch ne Schnuckelbietchen. Dum dum. Oh, ist das jetzt grad schneller geworden hier, oder was? Weiß so nicht. Keine Ahnung. Ja, ist klar. Okay. Ist richtig. Jetzt hat er sich das geholt. Natürlich. Weil ich schon gedacht hab, dass ich wieder verliere. Achso. Deswegen hab ich das gemacht. Jaja, hätte ich es auch gesagt. Spinner. Ja. Hui. Und was meintest du mit den halben Stunden? Und dann wieder in drei kleinen Pätschen aufteilen. Du meinst die ersten beiden in eine halbe Stunde, oder wie? Nein. So. Diese drei Folgen ist jetzt auch wieder eine Viertelstunde. Die ersten haben wir eine Viertelstunde gemacht, die zweiten haben wir eine Viertelstunde gemacht. Und die jetzt auch, die wir gecuttet haben, war jetzt eine Viertelstunde. Jetzt können wir 30 Minuten durchziehen. Guck mal. Und schneiden das in dann drei Teile auf. Komm, Schnuckelbietchen. Achso, ja. Du meinst drei und vier Stunden und ab dann wieder zehn Minuten. Hm, genau. Äh. Haben geschafft, safen. Sag dir jetzt, was willst du jetzt eigentlich? Nein. Dreimal 15 Minuten und danach 10 Minuten. Ja, ja, ich hab's schon kapiert. Ja, jetzt ja? Ja, hab ich. Ich bin eine Flonda. Flonda, ich mag Flonda-Teilchen. Weißt du was? Wenn jemand fragt, dann eher zuerst. Fuck, ich hasse das. Find ich Sterne am Geilsten. Oder Schnappis. Schnappis, das ist keine. Guck, guck. Schnappi. Klick, 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 klick. Ich hasse das. Ja, das Gute ist, ich kann das bei mir rausmachen. Mit dem Geklicke. Wow. Ah, bei mir, ich drück's zu heftig, da kannst du filtern, wie du lustig bist. Hui, ich hab's geschafft, hast du das gesehen? Wie sagt bei mir, ich klick so hart, ich hab doch, ich glaube, das waren die Donkey Kong-Folgen nach, die letzten, die letzten 5 oder so, wo ich nur gespammt hab, die Tasten. Okay. Hui. Evo-Quash oder so. Das war ja eins der helftigsten. Du, 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 du. Soll ich wieder sprechen? Ja, ich, ich nehm ja ein anderes Filterprogramm jetzt und dann kannst du die Klicks rausfiltern. Ah, ist egal. Das Geklicke. Klicks sind Klicks. Ob Abonnenten-Klicks oder Tasten-Klicks. Ja, ist klar. Klicks sind Klicks. Ach, Maul. Das Level ist auch mies. Oh, nein. Oh, doch. Maul. Das hast du nicht. Mal gucken, ab wann du abbremst oder so, keine Ahnung. Oh, nein, ich nehm das gar nicht mit. Nee, einfach durch da. Rollen, rollen, rollen. Immer nur rollen, 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 rollen. Oh, nein. Hau ab. Ganz schnell da wieder hin. Ich wollte eigentlich das Ding da oben haben. Ja. Ich werde geschnappt. Ja. Mann, was, und das ist gut jetzt, Flash. Ah, shit. Ich wollte eigentlich das Unbesiegbar-Kalt-Ding haben. Hast du eigentlich schon gesaved? Ja, klar. Ich kann auch zwischendurch saven, ist ja eigentlich das. Ich spare hier auch nochmal. Das brauchst du nicht. Klar, weil. Das ist ja zwei Minzen. Das ist mir doch egal. Hilfen. Das ist uninteressant, wenn du es da machst. Ach. Ich hab sehr, es geht ja. Laden geht ja. Ja, ja, klar. Aber trotzdem wollte ich so mal Speicher nehmen. Wie heißt ich? Äh, Heinz. Heinz? Eine fette Ratte. Wie war die Frage eigentlich? Ja, ist das Level. Achso. Achso. Ich. Keine Ahnung. Kallionsplanke. Oh, hello. Wie? Wie? Bin schnappi. Na, immer noch kein Leben. Schnappi, ich nicht. Ach. 90 und tot. No. Yay. Hä? No. Nope. Nope. Neues Leben. Ja, du hast ja noch 16. Noch? Mal gucken, wie lange. Oh, 17. Ja, hau ab. Aber bitte übertreib nicht, Centus. Wieso? Dass du so viel Leben noch hast. Ach, komm, sei wohl. Ist ja nicht dein Metier, so viel Leben zu haben. Was war das denn eben? Eben wollte der nicht machen. Ja, weil das Käferschir noch da war. Achso. Das Käferschir kam zu nah. Tschüss. Oh, tschüss. Ich glaube, du kannst wieder in die Ecke gehst, hochspringen. Ich finde es geil. Fünf Sekunden. Wie, fünf Sekunden? Zwischen drei und fünf Sekunden musst du nur aufladen. Ach, ist mir doch egal. Ja, das sagst du jetzt. Wee. Mach den Gegner fertig. Das hast du gar nicht gemacht, ne? Ne, ich mach nicht alles. Du auch nicht. Ne. Weil nochmal mach ich das jetzt nicht. Außer ich falle außerdem da rein. Dann ja. Aus Versehen so. Ja. Ups. Ups. Ach, fuck. Achso, da war nur noch ein Leben. Meins. Ah, ah. Jetzt weg. Ne. Schade. Oh. Du wolltest dir nur Leben cheaten, ist klar, Zentrum. Nein, wollte ich gar nicht. Ich hoffe, du lügen. Ich dachte, das ist mit deinen gierigen Augen. Warum lügst du eigentlich immer so flash? Aber ich gönne dir die Leben, ist kein Problem. Und du brauchst sie. Wolle, weil du mehr hast, als ich auch, ne? Ne, ich hab gar nicht. Ich hab 19 Stück. 19, nein, 20. 20. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Hui. Fuck. Das ist. Das ist immer so bei der Rewe. Hui. Betroffen. Ich bin maff. Hui. Hui. Oh, tut mir aber gar nicht leid. Ich dachte, ich falle da gleich wieder runter. Da, 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 da. Ach, schade. Hätte ja klappen können. So ist. Denkst du nicht, dass die extra das Schild da machen und du einfach so drüber springen kannst? Ist klar, sicherlich. Ein Bug. Ups. Fuck. Irgendwie kennen wir das Problem. Ich glaube, ich bin runtergefallen. Kann das sein? Irgendwoher kennen wir das doch. Ne, Flash? Ja. Ach. Der erste Glück ist oben gelandet. Ja. Ah, klar. Problem ist nur, ist kein Gegner da. Ja. Oh doch, könnte. Hm. Nehmt. Ach, egal. Scheiß doch. Hättest eh nichts gehabt. Kein Gegner mehr da. Ja. Boah, jetzt geht das wieder los, ehrlich. Hallo. Da bist du ja wieder. Aber so auf der geraden Strecke geht er nicht automatisch, ne? Was soll die Kacke denn? Na ja, schon. Macht er das. Ich glaube, du solltest nicht so wirklich nicht so fest den Controller drücken. Ich hab's auch nicht geschafft, toll. Ja, außerdem das Ding voll unsichtbar ist, Mann, ne? Der ist extra gemacht. Ja, klar. Damit man denkt, man muss anders irgendwie hin oder durch den Fass oder so. Finde die Münze. Hm, finde den Tod. Ich hab nur zur Seite gedrückt, das war ja das Problem eben. Ja? So ein bisschen nicht gesprungen. Ja, ich wollte das gerade machen. Ja, zwei, 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 zwei. Ich muss jetzt lang. Hä? Rechts. Hui, meinst du so? Ja. Jetzt hast du einfach mal ganz einen Teil übersprungen. Hui. Okay, ich frage nicht. Wieso? Sind so extra Lücken, damit man durchspringt. Ja. Ist so vielleicht so eine Vermutung anzuhalten. Vielleicht. Oder vielleicht zwei zu nehmen. Hätt zum Haul. Hatte ich... Och, gesterben. Ich hatte kein Save. Nein, hattest du auch nicht. Ja, genau. Und jetzt hast du schon wieder einen verloren. Aber alles deine Schuld. Hä? Oh nein. Nicht schon wieder blühen. Och man, ich hasse dieses Level. Super. Fängt... Fängt schon wieder super an. Super an. Ja. Was soll man dazu sagen? Hallo, Bienchen. Du nähst, Bienchen. Hallo. Hallo. Ha. Hui. Ich bin eine Biene. Ich muss echt aufpassen. Ich drück echt. Zu feste. Wie. Hui. Oho. Das war Kinderbeam. Na, treff ich die jetzt? Ja. Ja, ich hab sie. Und jetzt falle ich wieder runter. Danke. Tschüss. Mann ey, ich krieg hier echt das Kotzen grad. Boah, war das knapp eben. Hui. Mann, ich bin doch hochgesprungen grad. Das war der Scheiß. Was? Ich bin die Biene, wär jetzt noch da gewesen. Ja. Und ich voll reinge... ...klaumst. Brauchst du nicht, hast du. Oh nö. Ding hast du ja. Komm. Puh. Ist das der in Ernst? Ja, das andere überspringst du ja mit dem Faster, wenn du da umhen gehst. Ja, klar. Aber ich wollt... Ja, beide wieder haben. Ey, ehrlich. Ehrlich, Meinung. Ja. Mein Gott, was soll der Kack? Auf Wiedersehen. Der Fall geht noch weiter. Das ist Faster, Mann. Ja. Mann ey. Die Leute rennen schon alle mit dem Kopf gegen die Wand, das weiß ich jetzt schon. Wäre lustig. ...zusehen, dass sie's machen. Ja. Trüge mal eine Zeit zu Wasser rein. Oh, Häuschen, komm her. Jetzt hab ich keinen Bock mehr auf dich. Trüge mal eine Zeit zu Wasser rein. Hm. Bin ich tot. Ja und? Bin ich wenigstens wieder dran. Ne. Faul. Ich will spielen. Nein, willst du gar nicht. Sicher. Nein. Klaro. Nein. Ah. Hm. Und ab nach oben. Ja, ja. Und weg. Ab. Oh nein, nicht so'n Schnappe-Monster noch. Oh, er hat's geschafft, safe zu kriegen. Plup, plup, plup. Hab ich's grad richtig gehört? Ah, da ist's. Oh nein, 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 nein. Haut ab. Doch, doch. Haut ab. Komm, du sollst sterben, hab ich gesagt. Ist das hier? Ich glaub, bei der anderen Stelle wirst du abgestorben eben. ok weil du in die kiste fast reingehen konnte schon ich wusste nicht welche taste der hier dafür nimmt ja ja hätte ich jetzt auch gesagt das schafft er doch noch fast rausgegangen hallo menschen hast du hier runter fein in diesem match geht wenn er rop 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 Hui da r table ruht ha 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 ho da ist wirklich knapp Er hat geklatscht, also hat er das gemacht Oh nein, boxt mich nicht, bitte nicht Bitte doch Nee, das kann nicht sein Warum ist das Fass hier? Ach, für da oben Geil Puff, Peng, Piech, Puh Peng Dankeschön Und, Spichern Ach ja Noch eins, jawohl Ich glaube Ja Was glaubst du? Dann hast du da entgegen der Kopf Hallo Sumsi Sumsi Bumsi Sumsi Bumsi Piene Honig Level Ja Schade, als Frank den Marathon nicht aufzeichnen konnte Oder nicht nur zwei Stunden Highlights machen kann Ui Oh Aber das hält ja eh nicht lange Ne, schade, ich würde mal einen Fly verlinken können, wenn es dabei gewesen wäre Die löschen das, seit jetzt Das ist ein bisschen blöd Das wäre was gewesen eben Oh mein Gott, der hat's geschafft Nächste Stage Boah Aber du machst das immer knapp, Centus Muss ich dir sagen Ja, ich weiß Rück auch immer ein bisschen blöd Ja, schön Danke Centus, ein Interview Wie fühlen Sie sich gerade nach diesem Sieg? Halt die Fresse Und damit würde ich sagen Beenden wir hier die Aufnahme Und bis zum nächsten Mal bei Donkey Kong Country Didis Kong Quest Ciao, ciao Tschüss Und bis zum nächsten Mal bei